Netanyahu stellt Hamas neue Forderungen nach Scheitern des Geisel-Deals, die Forderung von Netanyahu, die Rückkehr von Terroristen in den Norden des Gaza-Streifens zu unterbinden, wird von einigen als eine neue Bedingung angesehen, die das Abkommen gefährden könnte. Die Hamas und ihre Anhänger sind empört über diese Forderung, da sie der Meinung sind, dass dies nicht Teil der ursprünglichen Vereinbarung war. Netanyahus Büro widerspricht jedoch dieser Darstellung und betont, dass es wichtig sei, die Sicherheit Israels zu gewährleisten und die Rückkehr von Terroristen in den Gaza-Streifen zu verhindern. Es bleibt abzuwarten, wie die Hamas auf diese Forderung reagieren wird und ob der Geisel-Deal letztendlich scheitern wird. Es ist zu hoffen, dass beide Seiten konstruktiv verhandeln und eine Lösung finden können, die sowohl die Sicherheit Israels als auch die Belange der Hamas berücksichtigt. Es ist wichtig, dass die Gespräche fortgesetzt werden, um eine Eskalation der Spannungen zu vermeiden und eine friedliche Lösung zu finden.